Und jetzt noch das nachherinale Altersgasse 15.16. Hier die Aufstellung. Bahn 1, Philipp Rizek von SV Siemering. Auf 2, Jan Keterka, Schlimmonion General Salzburg. Auf der 3, Matheo Filkovic, SV Siemering. Auf 4, Adrie Katenowitsch, Vienna Partik SC. Bahn 5, David Serego, USC Graz. Auf der 6, Daniel Scharer vom ASCO Escortown. Auf der 7, Michael Koller, Schlimmon von Neutrück. Und auf Bahn 8, Nikolai Pawow, Vienna Partik SC. Auf der 7, Michael Koller, Schlimmon von Neutrück. Auf der 7, Michael Koller, Schlimmon von Neutrück. Ich bin für SiemND. Auf der 7, Michael Koller, Siege von Neutrück. Musik 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 Hauuuu! Nikola Panos? Die Tür oder? Da sehe ich dann... Ich habe den Englisch umzusetzen. Hauuuu! 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 Und dann dreht er noch mit Schimmzwiegel mit 2 Minuten 12.21. Renulitsch von Wiener hat die PSC. Und weiter geht es jetzt mit der Siegerin, 200 Meter nach den jungen Damen. Und dann sagt er Jakob Mahli, hier mit Referenz Schimmel, wird die Siegerin übernehmen. Und das geht jetzt mit Martin Luther. Vielen Dank. Vielen Dank.